1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, es geschah aus Notwehr. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr schon Dinge getan habt aus Notwehr. Schlimme Dinge, mittlere schlimme Dinge oder vielleicht auch sehr schlimme Sachen. Aber es geschah eben aus Notwehr. Ich möchte mit Leuten sprechen, die es getan haben. Und ich möchte auch sprechen mit Leuten, die sozusagen Notwehropfer geworden sind. Wobei das Wort Opfer vielleicht gar nicht mehr so richtig zutreffend ist. Aber eben auch die andere Seite. Also, wenn ihr mir gerne etwas erzählen wollt, was ihr aus Notwehr schon getan habt oder angestellt habt. Vielleicht sogar ein sehr schlechtes Gewissen im Nachhinein dafür habt. Aber ihr sagt, es ging irgendwie nicht anders. Ich konnte in der Situation nicht anders reagieren und handeln. Dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian.wdr.de Die erste Anruferin ist Melanie und Melanie ist 40 Jahre alt. Hallo Melanie. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Melanie. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, ich befinde mich quasi, ja nicht nur quasi, ich bin auch am Tatort, also wo damals die Tat aus Notwehr geschehen. Aha, was ist geschehen? Ja, also ich bin hier in der Wohnküche meiner Eltern. Und vor 30 Jahren habe ich dort, also mit 11 Jahren, den Liebhaber meiner Mutter aus Notwehr erstochen. Da war ich 11 Jahre alt. Da warst du 11 Jahre alt. Weil der deinen Vater umbringen wollte. Weil der deinen Vater umbringen wollte. Ja, der damals schon 84 Jahre alt war, also schon ein ganz alter Mann. Und vorher hat er mich gewirkt und also er wollte vorher eigentlich mich umbringen, weil er dachte, ich hätte meinem Vater das verraten. Also meine Mutter, ihr Liebhaber sind abends nach Hause gekommen und mein Vater hat sie zur Rede gestellt. Weil er das wusste, dass die beiden Verhältnisse hatten. Ich meinem Vater auch erzählt hat, dass der Neffe, also von dem Liebhaber, mich sexuell missbraucht hat, belästigt hat. Und mein Vater war sehr aufgebracht. Sag mir mal, die Situation war der, die Mutter war nicht dabei. Doch, die Mutter war auch dabei. Die Mutter war auch dabei. Also es waren gegenwärtig dein leiblicher Vater, die Mutter und der Geliebte, deine Mutter. Ja, genau. Und dann gab es Auseinandersetzungen. Und er war damals 64 Jahre alt, also 20 Jahre jünger als mein Vater. So, jetzt stelle ich mir das so vor. In der Küche, du bist elf Jahre alt, deine Mutter ist auch dabei. Dieser Geliebte von deiner Mutter bedroht deinen Vater. Nein, er hat zuerst, sagen wir mal, er hat zuerst, also das ist, also eskaliert die Situation. Also es gab, also mein Vater hat erst mal meine Mutter beschimpft, ist auf meine Mutter losgegangen. Und der Liebhaber quasi, der ist dann auf mich losgegangen, weil er gedacht hat, ich hätte das verraten. Achso. Und dann an, also die Hände so um meinen Hals zu legen, also mich hier richtig zu würgen. Ja. Also so, ich dachte ja, der reißt mir den Kopf ab. Und mein Vater hat das dann gesehen, hat dann von meiner Mutter abgelassen. Also er hat meine Mutter quasi so geschüttelt oder was, so nach dem, du Schlampe oder weiß es nicht mehr genau. Und wollte dir dann zur Hilfe kommen? Ja, wollte mir dann zur Hilfe kommen, weil, wie gesagt, ich war sein Ein und Alles, weil der sehr an sein Kind ging. Also so auf Deutsch gesagt, der hatte eigentlich schon ein Verspiel. Und dann gab es einen Gerangel zwischen dem Geliebten deiner Mutter und deinem Vater? Ja, also so ein Handgemengen. Also er hat meinen Vater so gegen die Wand gedrückt und fing dann auch so auf ihn einzuschlagen, auf ihn einzutreten, auf ihn einzuboxen. Und mein Vater war schon ziemlich schwach, konnte sich nicht mehr wehren. Und er hat auch den Kopf gegen die Wand. Und da hast du eingegriffen? Ja, da. Da hast du ein Messer genommen? Ja, da lag also so ein Brotmesser, also so ein langes Brotmesser, was man früher hatte, so eine Art Stiletto. Ja. So ein ganz langes, aber eben sehr scharfes. Und ich bin dann auf die beiden zu und dann habe ich gesagt, lass mal einen Vater. Und da in demselben Moment hat er sich umgedritten und ist mir quasi, sagen wir mal, quasi in die Klingel gelaufen. Ja, und in die Herzgegend? Ja, in die Herzgegend. Und ist der Mann sofort verstorben? Ja, das war, nein, nicht sofort. Also er hatte, aber er ist an den Verletzungen später gestorben. Wie viel später? Ja, ich glaube auf dem Weg ins Kahn. Ach so, schnell dann doch. Ja, ich meine, wie gesagt, er ist mir auch wirklich so, ich weiß nicht, ob ich, aber er ist mir quasi auch wirklich ins Messer gelaufen. Hier das Messer, ich wollte ihn eigentlich zuerst auch nur bedrohen, aber ich hatte das Messer ganz fest in beiden Händen. So, jetzt stelle ich mir gerade vor, das passiert in einer so hoch emotionalen Situation einem elfjährigen Mädel, einem elfjährigen Kind. Wie verkraftet ein elfjähriges Kind, wenn es ihm dann hinterher klar wird, ich habe ja einen Menschen erstochen. Wie ging das dann weiter in deinem Leben? Ja, wie ging das weiter eigentlich? Ich meine, ich werde ja immer daran erinnert. Ich habe dir ja gesagt, ich sitze jetzt hier und das ist noch die gleiche Wohlstüche, die sich in den 30 Jahren fast gar nicht verändert hat. War das damals, direkt danach, sehr schlimm für dich? Ja, das kann man schon sagen. Ich meine, wie gesagt, weil dann auch die Polizei kam und man hat auch zuerst nicht geglaubt, dass ich das gewesen bin, dass man da auch meine Eltern, entweder meine Mutter oder meinen Vater verdächtig hat, dass man sich das gar nicht vorstellen konnte zu der Zeit, das ist 30 Jahre her. Ja, aber es war dann... Ich meine, auch ein Kind kann töten. Ja, natürlich, natürlich. Worauf ich gerade hinaus wollte mit meiner Frage war, gab es dann Zeiten vielleicht, als du auch ein bisschen älter wurdest, wo du dir Vorwürfe gemacht hast und Schuldgefühle empfunden hast? Nein, das überhaupt nicht. Bis heute nicht? Ich meine, ich wollte ja meinen Vater schützen. Ja. Und ich meine, ich war ja, ich war ja auch im Recht, ich meine, ich konnte ja, im Belang konnte ich ja sowieso nicht werden, da ich ja ein Kind war, auch wenn es jetzt keine Not wäre gewesen wäre. Ja. Es war ja eindeutig Not. Ja. Aber dennoch... Ich wollte ja einen anderen Menschen... Ich verstehe. Mein Vater war ein alter Mann von 84 Jahren und er ist auch ein halbes Jahr später gestorben, auch so eine... Ich verstehe, dennoch kann man natürlich, gibt es ja auch so dieses psychologische Phänomen, dass man aus Not etwas macht und alle einem auch recht geben, man dennoch ein schlechtes Gefühl oder Gewissen hat. Aber dann bist du mit dir im Reinen bis heute. Ja, ich denke mal, wie gesagt, es war ja Not. Ich wollte ja einen anderen Menschen helfen, ihn schützen. Wie hat sich denn das Verhältnis zu deiner Mutter, das war ja nun ihr Geliebter, wie hat sich denn das danach dann verändert, zwischen dir und deiner Mutter? Ja, sagen wir mal so, also ich meine, ich weiß nicht, wir haben nie darüber wirklich gesprochen, aber ich glaube auch nicht, dass sie den Mann, sagen wir mal, es war so ihr Sexpartner, weil mein Vater eben schon sehr alt war und er eher das, meine Mutter war damals 49, also eher dieser Mann, also ich glaube nicht, Liebhaber, ist ein bisschen übertrieben, also ich glaube nicht, dass sie ihn wirklich geliebt hat. Also, ihr habt nie darüber gesprochen, das finde ich sonderbar, ungewöhnlich, ne? Ja, ja, was heißt nicht darüber gesprochen, vielleicht so, aber ich denke mal, für meine Mutter war das, ich denke mal, für alle war das ein großer Schock. Ich meine, ich hatte auch einen sehr großen Schock. Wie lange hast du denn damals gebraucht, um diesen, natürlich war das ein Schock, wenn man das als Kind tut, so etwas, wie lange hast du gebraucht, wenn du dich jetzt noch erinnerst, bis du wieder so ein relativ normales Leben führen konntest? Ja, ich weiß es nicht. Also, ich würde mal sagen, vielleicht bis heute nicht so wirklich, denn wie gesagt, ich bin ja in der Wohnung geblieben, wir sind nicht umgezogen, also ich meine, letztendlich habe ich das ja, so diese Umgebung, quasi so den Tatort ja auch immer vor Augen, ne? Und du wirst jetzt mal sehen, wie ich im Moment so zitere, ne? Also ich kann kaum, also kaum den Hörer halten. Deswegen glaube, deswegen habe ich auch gerade ein paar Mal gefragt, ich glaube schon, dass man das auch, und wenn man tausendmal im Recht ist, steckt man sowas nicht so ganz einfach weg. Und vor allen Dingen, wenn man noch erinnert wird, du bist immer noch in dieser Wohnung. Warum bist du eigentlich nicht aus dieser Wohnung irgendwann ausgezogen? Ja, gut, also ich meine, das war, das war, das war auch, ich dachte so, das ist mein Heim, die wohnen. Also ich sage, gut, es hätte mich woanders vielleicht auch verfolgt, die Erinnerungen, also da so ein Wohnungswechsel, ne, ob das so unbedingt hilft, aber ich sage, heute ist natürlich so dieser Abstand von 30 Jahren, ne? Aber du zittest heute noch. Wenn man das, wie man erzählt, eigentlich kann das, kann sich das, ich meine auch so deine Mitarbeiterin zuerst, dass sie das sich auch gar nicht so richtig vorstellen kann, dass man so, aber wie gesagt, man hat auch die Kraft, ich weiß nicht, ich war elf, ich wurde bald zwölf Jahre alt. Ich glaube schon, dass ein Kind, wenn man merkt, dass der Mama oder der Papa bedroht sind, dass man da auch Kraft entwickeln kann. Darf ich dich mal fragen, wie das Verhältnis dann, dein Vater ist dann leider auch bald verstorben, wie du gerade gesagt hast, aber dennoch, so ein halbes Jahr später. Aber da war ja dennoch ein kleines bisschen Zeit, hat das euch noch mehr zusammengeschweißt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das kann man gar nicht anders, kann man gar nicht anders sagen. Also das ist, wie gesagt, ne, er hat ja umgekehrt, er hat ja zuerst mich gerettet, sagen wir mal, ich meine, ich war ja der Anlass quasi, ne, weil der Verrückte, ne, der hat ja versucht, der hätte mich ja wirklich, ich hatte also wirklich Atemnot, also, ne, und da war auch so dieser Hass, ne, er hat ja versucht, mich, ne, Unter Umständen hätte er dich, hätte er dich vielleicht umgebracht, wer weiß. Ja, also der war ja wirklich wie von Sinn, der hat ja so, ne, der hatte so mit seinen Händen, das war so wirklich so wie, 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 wie auf Stahl, ne, und ich war ein Kind von, ich hatte auch Würgemalen, das hat man nachdem auch festgestellt. So Melanie, äh, da du gerade gesagt hast, was ich sehr gut verstehen kann, wenn auch so viel Zeit, was ist schon Zeit, wenn schlimme Dinge passiert sind, ähm, zurückliegt, äh, du zitterst, wenn du, wenn du darüber sprichst, äh, ich möchte gern, dass du jetzt noch ein ausführliches Gespräch mit meiner Psychologe, mit der Elke führst. Ja, wie gesagt, weil ich wirklich, es ist so, ja, wie soll ich das erklären, es ist irgendwie so, ja, so ein bisschen das Gefühl habe ich doch so, dass, so dieses, aber, weißt du, ich hasse diesen Mann, weil er mich eigentlich auch erst in die Situation gebracht hat. Ja, natürlich, natürlich. Ne, er hätte ja meinen Vater, ne, und wie gesagt, mein Vater war so ein alter Mann, also er hätte ihn ja wirklich, ich dachte, es würde mich erzwingen. Ja, es hat dich jetzt sein, ja, es hat dich jetzt sein ganzes Leben begleitet bis heute. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an, Melanie. Ja, okay. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, äh, es geschah aus Notwehr. Notwehr, so etwas zum Beispiel, was wir gerade von Melanie gehört haben, was ja nur sehr dramatisch war, ähm, aber es gibt ja auch weniger dramatische Sachen, aber dennoch Dinge, die einem vielleicht im Nachhinein leidtun, was man aus Notwehr gemacht hat, oder man sagt eben auch, äh, ich stehe dazu, das war Notwehr, das ist sehr schlimm, was da passiert ist, aber es ging gar nicht anders und ich habe mit mir Frieden geschlossen, dass ich das getan habe. Äh, ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die so etwas getan haben, erlebt haben und so denken und vielleicht auch mit Leuten, die, äh, in der anderen Rolle waren, die Opfer von einer Notwehraktion geworden sind, vermutlich dann vorher aber auch Täter waren. Telefonnummer 0800 220 50 50 und hier ist Peter und Peter ist 41. Hallo Peter. Ja, hallo Domian, grüße dich. Hallo Peter. Erstmal bin ich 41 und nicht 40. Ich glaube, ich habe 41 gesagt und wenn, dann habe ich mir versprochen. Ich bitte um Entschuldigung. Aber, pass auf, kein Problem. Ja. Ähm, erstmal einen großen Lob an dich. Dankeschön. Über deine Sendung. Dankeschön. So, und, äh, bei mir geht es darum, ich bin Polizeibeamter gewesen. Ja. Habe 1989 einen Jugendlichen erschossen, weil ich, äh, zum Banküberfall gerufen wurde. Mhm. Und, naja gut, ich meine, ich habe das bis heute nicht verkraftet, aber die ganze Geschichte ruht mich wieder ein, weil ich, weil ich gestern ein Telefongespräch hatte mit der Frau eines Jugendfreundes, der auch bei der Polizei war und dem genau das selbe Schicksal, der das selbe Schicksal erlebt hat, wie ich. Der aktuell gerade das erlebt hat. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bitte? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, der aktuell gerade das durchmacht, erlebt hat, was du damals erlebt hast. Ganz genau. Das war 1989. Bei mir war das 1989. Ja. Wie alt war der Täter? Äh, der Täter war 21 Jahre. Und, äh, ich kannte den, den Täter persönlich, weil ich im Sauland gewohnt hatte. Ach so. Vom, 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 vom Sehen so nur oder noch näher? Nein, wir kannten uns eigentlich, wir waren dort mit 500 Einwohnern und, äh, wir kannten uns eigentlich persönlich, nur die ganze Dramatik holt mich jetzt ein. Mhm. Magst du vielleicht kurz nochmal, nochmal erzählen, wie, äh, wie die, äh, wie die, äh, wie der Tathergang war oder der, ja, wie, 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 wie es passiert ist? Ja, der Tätergang ist eigentlich, dass ich mit einem Kollegen zusammen zu dem Ansatzort gerufen wurde. Mhm. Wir sind auf dem Dorf gewesen und, äh, und es ist so, dass so da halt ein, äh, Ansatzgebiet von 50 Kilometern ist. Weil halt, äh, wenig Polizeistationen bzw. äh, wenig Polizei, äh, äh, Polizeiwamts zur Verfügung standen da oben. Das mag heute anders sein, das weiß ich nicht. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, sind wir dann zum Ansatzort gerufen worden. Wir sind auch hingefahren und, äh, der Kollege oder der Jugendliche hat, äh, dann eine Waffe, eine Waffe gezogen und ich hab dann gezielt den Schuss angesetzt. Aber Moment, ihr kommt, ihr stellt mir vor, ihr kommt angebraust mit eurem Auto, ihr steigt aus. Wo war der Täter in dem Moment? Der Täter kam aus der Bank direkt raus. Er kam aus der Bank raus mit gezogener Pistole. Mit einer gezogenen Pistole. Und stand euch vis-a-vis quasi gegenüber. Ganz genau. Und, äh, in Sekunden geht einem da ab, wenn ich es nicht schieße, schießt der. Ganz genau. Ich bin auch der Meinung, dass er mich erkannt hat. Ich hab ihn auch sofort erkannt. Achso, er war nicht maskiert in dem Moment. Nein, er war nicht maskiert. Ja. Hatte er da schon sein Geld geholt? Das Geld hat er gehabt. Das waren 250.000 Mark. Bist du aus dem Auto raus und hast sofort geschossen? Oder hast du irgendwelches... Nein, nein. Wir sind aus dem Auto raus und haben durch den Gruppenleiter erstmal die Situation klären lassen. Und dann kam er, wie gesagt, raus. Ich denke mal, dass er mich erkannt hat. Ich habe ihn auch erkannt. Er hat auf mich gezielt. Ich habe dann den gezielten Schuss ins Herz gesetzt. Nur, was ich nicht wusste, dass es halt eine Holzpistole war. Dass er eine Holzpistole nur hatte. Ganz genau. Zielt man denn direkt ins Herz? Oder lernt man nicht bei der Polizei erstmal ins Bein zu schießen oder in die Schulter oder sowas? Man lernt normal erst in die Knie zu schießen. Und warum hast du ins Herz geschossen? Keine Ahnung. Also es war... Ich meine, ich verstehe das nicht als Vorwurf, diese Frage. Nein, es war Selbstschutz. Es war einfach ein Selbstschutz. Jeder von uns würde wahrscheinlich... Man kann gar nicht übersprechen, wie jeder von uns reagiert hätte. Ja. Das Schlimme ist sicher für dich darüber hinaus, dass er verstorben ist bei der... bei dem Vorfall, dass es eben nur eine Holzpistole war. Richtig. Aber wiederum, wie solltest du das vorher wissen? Eben. Und deswegen bin ich ja 1990 aus dem Polizeidienst ausgetreten. Du konntest das nicht mehr mit dir vereinbaren, nochmal vielleicht in so eine Situation zu kommen? Richtig. Ich habe das auch bis heute nicht verkraftet. Ich bin heute Rentner. Aufgrund dessen, dass ich das nicht verkraften konnte, bin in der Reha gewesen. Das hat aber alles nichts gebracht. Das heißt, du bist jetzt mit 41 schon Rentner? Aufgrund dieses schlimmen Vorfalls? Ja. Hast du mit... Du sagst, du kanntest den Bankräuber. Ja. Hast du mit der Familie Kontakt hinterher mal gehabt? Nein, den Mut habe ich nicht gehabt. Es ist auch so, dass ich in demselben Dorf gewohnt habe und bin dann aus dem Dorf auch weggezogen. Bin weit weggezogen, weil ich damit einfach nicht leben konnte. Nun sind sehr viele Jahre vergangen. Das war 1989, jetzt sind wir 2005. Ja. Wie oft denkst du noch daran? Ehrlich gesagt, ich denke fast jeden Tag daran. Was denkst du dann? Denkst du, hätte ich es nicht gemacht? Denkst du, wäre ich nicht zur Polizei gegangen? Wie sind die Gedanken? Ja, also zur Polizei gegangen, möchte ich jetzt eigentlich nichts sagen. Das war schon für dich damals eine logische und gute Entscheidung, Polizist geworden zu sein in der Zeit. Das war eine super Entscheidung, selbstverständlich, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte. Ich wollte Menschen helfen, die ganz einfach in Notsituationen waren. Was denkst du, wenn du heute an den Fall denkst, immer wieder? Wenn ich heute daran denke, da will ich gar nicht drüber nachdenken, weil da absolut negative Gedanken für mich aufkommen. Sag mir mal so negative Gedanken. Suizid vom Beispiel. Ich habe zwar einen Suizidversuch hinter mir. Aber warum? Weil du dir zu große Vorwürfe machst? Ja, weil ich mir einfach denke, dass ich da überreagiert hatte. Ich bin ja danach, das war ja 1989, ich bin ja ein Jahr im polizeipsychologischen Dienst gewesen. Und dieser polizeipsychologische Dienst hat mir gar nichts gebracht. Weil ich da einfach nicht viel klar gekommen bin. Und diese Gedankenkonstruktion, die ja jeder von uns nachvollziehen kann, ich wirklich auch, dass es hätte ja nur wirklich eine echte Pistole sein können und er hätte zuerst schießen können. Das hilft dir nicht. Nein, das hilft mir gar nicht, weil ich mir das nicht verzeihen kann. Weil es sind also wirklich Schuldbekenntnisse da. Ich habe mir gedacht, mein Gott, hättest du vielleicht anders reagiert oder hätte der Kollege vielleicht zuerst geschossen, anstand du. Aber da sage ich mir wieder, okay, er hat auf mich gezielt, was keine Entschuldigung ist für mich, dass ich halt, ich habe für meine Beziehung überreagiert. Nur die ganze Zeit, ich muss dir nur noch mal sagen, finde ich eigentlich nicht, wenn ich mich in deine Lage versetze, die du damals, so wie du sie gerade beschrieben hast, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Jeder von uns, der jetzt zuschaut, wahrscheinlich. Ja gut, nur ich frage mich, habe ich das recht? Ja. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Es ist natürlich ein, ja, ja. Ja, und jetzt habe ich einen guten Kumpel. Lass mich eine Frage, Entschuldigung, bevor du das erzählst, eine Frage noch zu damals. Wie haben die, die anderen Kollegen auf dich reagiert? Haben die dir beigestanden oder haben die irgendwie so durch die Blume dir gezeigt, das hätte ja nicht sein müssen? Nein, also mein Gruppenleiter damals, der hat also hundertprozentig hinter mir gestanden und die Kollegen, die ich hatte, die haben auch hinter mir gestanden. Ja, okay, jetzt habe ich dich gerade, das haben wir schon unterbrochen. Jetzt erzähl mal, jetzt läuft, jetzt kommt die ganze Sache noch mal in Aufruhr bei dir, weil ein Bekannter von dir in ähnlicher Situation ist. Ja, es ist schon eher ein Kumpel. Und der Grund, warum ich anrufe, ich weiß, dass der Kumpel heute Abend zuschaut. Ja. Und ich möchte ihm ganz einfach sagen, bei mir ist es jetzt schon einige Zeit her, dass es kein Grund ist, weil ich weiß, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja. Und ich möchte ihm ganz einfach sagen, es geht, es gibt ein Weiterkommen. Mhm. Obwohl du es auch so schwer gehabt hast und... Ja, ich kämpfe heute noch. Heute noch sehr kämpfe. Ich bin jetzt zweitemal verheiratet. Ich habe für meine Beziehung noch sehr gute Kontakte zur Polizei. Ich habe noch gute Kontakte zu meinem Gruppenleiter, die ich auch pflege. Aber halt dieses Fehlverhalten, was ich jetzt für mich empfinde, kann ich mir nicht verzeihen. Mhm. Und wahrscheinlich haben dir so viele Leute schon zugesprochen und dir gesagt, dass das Verhalten in Ordnung war. Dennoch kann ich gut verstehen, dass man das für sich einfach dann doch nicht, natürlich nicht rechtfertigen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das in Ordnung war, ich bin in der Tagesklinik gewesen vor zwei Jahren und da hat man mir gesagt, ich hätte überreagiert, also das hätte ich sein brauchen und damit bin ich gar nicht klargekommen. Mhm. Kann ich nicht verstehen. Und dann hat man mich unter Pharmazeutika gesetzt, was ich also vier, fünf Wochen gar nichts mitgekriegt hatte, dass ich mich auf einer geschlossenen Station befunden habe und das Kuriose an der Geschichte ist, dass also der ganze Halt, den ich hatte, meine zweite Frau mir gegeben hat. Mhm. Wie schön, dass das so gekommen ist. Ja, ich weiß nicht, ob das schön ist, ob das so gekommen ist. Nein, ich habe es so verstanden, dass den Haupthalt, den du bekommst, von deiner zweiten Frau. Das ist meine zweite Frau. Ja, das meinte ich. Die weiß auch genau, was los ist. Ja. Ich wollte dich gerade noch fragen, wenn man in den Beruf der Polizei eintritt, spielt man sowas mal durch, dass man in die Situation kommen könnte? Oder denkt man, mich trifft es nicht? Nein, du spielst also durch, dass du die Selbstsicherung hältst, klar, aber du musst dir mal bitte vorstellen, wenn du wirklich in deinem Leben in so einer Situation kommst, dass der Stress unglaublich ist. So, deswegen will ich jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich so hohen Respekt vor Polizisten habe, weil ich finde, dass die für unser aller Wohl eben auch ihre Gesundheit, ihr Leben und ihr Gewissen hinhalten. Ja, das mag sein, aber... Ich bin immer sehr wütend, wenn man so auf die Polizei rumschimpft. Ich meine, ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich bin ja umgezogen, ich lebe jetzt in einer großen Stadt in Nordrhein-Westfalen, habe auch negativ schon mit den Kollegen zu tun gehabt, dass also Kollegen dabei sind, die ihre Position auch wirklich ausnutzen. Gut, gibt es überall, ist völlig klar. Sag mal, Peter, du hast schon so viele Psycho-Sachen hinter dir, kann ich dir denn trotzdem noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Na, selbstverständlich. Okay, dann mache ich das sehr gerne und es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben und wünsche dir alles Gute, obwohl es dir noch immer so schlecht geht. Aber Gratulation nochmal zu deiner Liebe und zu deiner Frau, das ist ja schon ein großes Glück, dass das sich so ergeben hat. Ja, ich hoffe ja, dass jetzt durch die Rente und dass ich durch meine Psychotherapie mal wieder einen Weg ebnen kann. Ja, das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Alles Gute, du legst bitte auf und die Elko ruft dich zurück. Gut, ich wünsche was zu mir. Dankeschön, auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt, es geschah aus Notwehr und an dieser Stelle ein Hinweis, Entschuldigung, ein Hinweis auf Donnerstag, nicht auf Donnerstag, sonst waren wir heute, auf Samstag. Samstag haben wir wieder Promi-Besuch. Samstag ist mein prominenter Gast hier in der Sendung, die, man sagt, so die giftigste Entertainerin Deutschlands, nämlich Desiree Nick, zudem auch noch amtierende Dschungelkönigin. Und wenn ihr euch gerne mit Frau Nick unterhalten wollt, es ist ja immer interessant, sich mit Frau Nick zu unterhalten oder was man so im Fernsehen bisher gesehen hat, wenn Leute sich mit ihr unterhalten und man kann sich sicher auch gut mit ihr streiten oder kabbeln oder diskutieren, dann meldet euch jetzt schon bei uns unter domian.wdr.de, meldet euch für das Telefonat an und dann rufen wir euch zurück. Bitte eure Telefonnummer nicht vergessen, auf die Mail zu schreiben. Diese Woche, Samstag, halb zwölf im WDR Fernsehen Besuch bei mir, nämlich Desiree Nick. Cornelia, 49 Jahre alt. Hallo Cornelia. Ja, guten Abend, Donner. Ja, guten Abend. Ich rufe an, weil es geht hier um Notwehr, den meine Tochter, damals war sie zehn Jahre alt, ja, mutigerweise vollbracht hat. Ja, was ist da passiert damals? Mein Ex-Mann hat meine Tochter sexuell missbraucht, über einen Zeitraum von einem knappen Jahr. Und er hat immer gesagt, wenn du irgendjemandem was sagst, werde ich deine Mutter töten. Von daher konnte sie sich mir gegenüber nicht offenbaren, weil der Mann war sehr gewalttätig, auch mir gegenüber. Da war die Kleinen so neun Jahre alt ungefähr. Ja, die war zehn, neun, zehn Jahre. Und er war Miriam, also meiner Tochter gegenüber, sehr gewalttätig. Und der Missbrauch, der hat sich gesteigert. Und nach einem guten Jahr, oder nach einem knappen Jahr, besser gesagt, war es so, dass sie genug hatte, einfach Angst hatte und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich lehre mich jetzt wirklich aus der Not heraus. Und sie hatte, es mag sein, dass es ein Kindertaschenmesser war, das hatte sie bei sich. Und er kam wieder in ihr Zimmer und sie hat das aufgeklappt und hat gesagt, du fasst mich nie wieder an, ich schneide dir sonst was ab. Hat das kleine Mädchen gesagt? Ja. Und ich kann sagen, wir haben einen Prozess geführt. Moment, langsam. Wie hat er, wenn er gewalttätig ist, das muss ihn doch verrückt gemacht haben, zorglich gemacht haben, wie hat er darauf reagiert? Dieses kleine Mädchen, ganz, ganz zart, ganz ängstlich bisher, hat das ganz mutig und aus vollem Herzen zu ihm gesagt. Ganz entschlossen. Ganz entschlossen. Und ich bin mir ganz sicher, dass er wusste, irgendetwas passiert ihm, sei es, dass sie sich offenbart, irgendjemandem. Ja. Und hat dann von ihr abgelassen? Ja. Ja. Aber wie ist es dann zu einem Prozess gekommen? Das heißt, dann hat sie doch gesprochen danach. Es ist so, dass er auch sich mir gegenüber sehr gewalttätig verhalten hat. Und ich war damals, weil es mir eben schlecht ging in dieser Beziehung, war ich beim Psychotherapeuten und habe mich dem offenbart. Und er hat gesagt, bestimmte Dinge verjähren nie. Die kann man anzeigen. Ich habe mich dann bei der Kriminalpolizei gemeldet. Es ist zu einem Strafantrag gekommen. Jetzt muss ich ihn unterbrechen, sonst kommen wir mit den Zeiten durcheinander. Ich habe jetzt gerade noch mal vor Augen die Situation, das kleine Mädchen bedroht den gewalttätigen Vater mit dem Kindertaschenmesser. Ja. Danach hat deine Tochter sofort mit dir gesprochen. Nein. Wann hast du es erfahren? Ich habe es erst erfahren, nachdem ich von der Staatsanwaltschaft die Meldung bekommen habe, dass er zu einem Prozess kommt. Wie viele Jahre lagen dazwischen? Das war zeitgleich letztendlich. Also die Tat gegenüber meiner Tochter und mir. Also wie viele Jahre lagen dazwischen? Die kleine Tochter bedroht den Vater und ist es dann zum Prozess gekommen? Drei, gut drei Jahre. Drei Jahre. Das heißt drei Jahre. Ich frage so genau, weil ich mir das vorstellen will. Das heißt drei Jahre hat die Kleine noch weiter geschwiegen. Ja. Aber er hat sie in Ruhe gelassen? Ja. Inzwischen war es so, dass wir erfahren haben, dass er in Haft war. Ich muss sagen, wie mutig von diesem Kind. Es war... Wie mutig von diesem Kind. Das ist ja unglaublich. Ein neun- oder zehnjähriges Mädchen. Das kann sein, nur das hinterlässt Spuren. Das glaube ich. Weil es ist so, sie ist nach wie vor in psychotherapeutischer Behandlung. Wie alt ist deine Tochter heute? 14. 14. Und es ist so, dass angeraten wird, dass sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie soll. Ist denn der Täter jetzt verurteilt? Heute ist das Urteil gesprochen. Heute ist das Urteil. Also es ist ganz aktuell. Zehneinhalb Jahre. Zehneinhalb Jahre. Mein Gott, du musst doch ganz bewegt dann sein, wenn heute das Urteil gesprochen ist. Ich bin erschöpft. Das glaube ich. Findest du das Urteil so angemessen? Es gibt kein angemessenes Urteil, aber der Grund meines Anrufs ist, wenn Eltern, wenn Jugendliche zuhören. Ich möchte sie ermutigen, Anzeige zu erstatten. Es ist ganz hart. Und sich jemandem anzuvertrauen, erst mal. Es ist so wichtig. Es gibt auch für Kinder und für Jugendliche gibt es Beratungsstellen. Ich möchte wirklich jedem ans Herz legen, das anzuzeigen. Die Dunkelziffer ist so hoch. Erschreckend hoch. Erschreckend hoch. Sag mal, Cornelia, machst du dir Vorwürfe? Ja. Dass du das vielleicht nicht gemerkt hast, was damals vorgegangen ist? Ich habe selber geschwiegen. Er hat sich auch an mir, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, versündigt oder strafbar gemacht. Also er hat war sehr gewalttätig dir gegenüber. Hat dich geschlagen. Hat er dich auch vergewaltet? Ja. Auch über einen längeren Zeitraum? Ja. Warum bist du bei ihm geblieben? Ich bin nicht bei ihm geblieben. Er ist gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Immer wieder. Er hat uns aufgelauert. Überall. Überall. Und letztendlich hast du dann die Anzeige erstattet? Nachdem ich wusste, er ist in Haft. Wegen anderer Delikte. Weil du vorher Angst gehabt hättest? Ja. Lebensangst, Todesangst. Auch meine Tochter. Ich verstehe, wie dramatisch. Ja, aber... Wie dramatisch. Ich bin nicht allen einzufallen. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß es. Aber ich verstehe das ja erst richtig. Du hast dieses Martyrium auch ertragen. Quasi auch aus Todesangst. Ja. Und erst, als er jetzt wegen einer anderen Sache in Haft ist, hast du den Mut aufgebracht, ihn anzuzeigen. Und dadurch ist das auch rausgekommen, erst mit dem Mädchen. Ja. Wahnsinn. Mhm. Und ich habe das vorige Gespräch mitbekommen und wollte zu dem Polizisten auch sagen, er darf sich keine Vorwürfe machen. Überhaupt gar nicht. Wir haben auch ganz, ganz oft die Polizei gerufen. Letztendlich, das letzte Mal, als ich die Polizei gerufen habe, hat der Beamte zu uns gesagt, wenn wir noch einmal anrufen, müssen wir den Einsatz alleine bezahlen. Diesen Polizisten verurteile ich. Warum haben die nichts gemacht? Die haben zu mir, zu uns, wortwörtlich gesagt, sie können erst was machen, wenn wir blutend am Boden liegen. Ja. Ich habe blutend am Boden gelegen, aber ich war auch nicht mehr in der Lage, zum Hörer zu greifen. Ja? Mein Gott. Und jetzt ist das alles von dir abgefallen, diese Last. Dann ist er weg, dann ist er eingesperrt. Ja, das schon, aber mein Kind ist ganz tief verwundet. Dein Kind ist tief verwundet und du auch. Ja, aber ich denke mir, als Elternteil muss man tragen. Das denke ich. Und es ist auch einfach so. Trotz allem will ich, möchte ich wirklich, dass jeder sich irgendwie offenbart. Und es gibt Organisationen und es wird ganz, ganz wichtig, wenn das immer mehr publik gemacht wird. Sprichst du mir sehr aus dem Herzen und wir in dieser Sendung bemühen uns ja nun auch seit Jahren dieses Thema immer und immer wieder öffentlich zu machen und auch die Opfer zu ermutigen, zu sprechen und sich Menschen anzuvertrauen. Ja, es ist ganz wichtig und es gibt wirklich Hilfe. Es ist ein ganz harter Weg, der auch ganz lange dauert. Aber es gibt eine Art Strafe oder auch eine Grenze für Menschen, wo gesagt wird, das geht so nicht und es ist ganz wichtig. So, Cornelia, ich merke, dass du wirklich sehr erschöpft wirst. Ja. Nach so einem Tag und nach all dem, was hinter dir lag. Ja. Aber ich möchte gerne, dass meine Psychologe noch gleich ein bisschen mit dir spricht. Bist du einverstanden? Ja. Da habt ihr wirklich Ruhe und könnt euch Zeit lassen. Mhm, gut. Ich bin froh, dass für euch jetzt, wenn auch alles sehr schlimm ist, aber dennoch das Martyrium vorbei ist. Ja. Das ist ja gut und dass er zehn Jahre bekommen hat. Ja. Und wir wollen hoffen, dass er nicht früher entlassen wird. Ja. Ja. Mhm. In Ordnung. Dirk Cornelia, du legst bitte auf und ich wünsche dir und deinem Kind von Herzen wirklich alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Wir haben heute ein Thema, das hier mal heißt, es geschah aus Notwehr. Hier ist Fred und Fred ist 42 Jahre alt. Hallo Fred. Hallo Domi Jan. Hallo Fred. Was geschah bei dir aus Notwehr? Also bei mir aus Notwehr geschah im Krieg. Das ist zwar schon 20 Jahre her. Und zwar vom, ich war im Krieg vom Januar bis Ende Juli 1984. In welchem Krieg? Im Bürgerkrieg im Libanon. Ja. Ich war in Beirut stationiert bei den NATO-Truppen und da sind schreckliche Dinge passiert. Die sind so schrecklich, dass man die kaum erzählen kann. Das muss ich mal eben fragen. Waren da Deutsche bei damals? Nein, damals waren noch keine Deutsche. Du warst? Ich bin aber auch kein Deutsche. Ach, du bist kein Deutscher. Ah ja. Okay. Damals, wo ich da angekommen bin in Beirut, da war dieser Feldzug von Ariel Sharon. Der ist in diese palästinensische Flüchtlingslager eingezogen mit seiner Heereschar und hatte Unterstützung von diesen christlichen Milizen aus Beirut. Das waren die Verlange und die haben die Leute da so niedergemetzelt. Also Frauen, Männer, Kinder, einfach die Gehle durchgeschnitten. Also was da passiert ist, da vergesse ich nie mehr wieder. Ich habe es gesehen, wo ich gekommen bin, weil da war zwar die Schlacht schon vorbei in die Kämpfe, aber die ganzen Leichen und alles und der Geruch und alles, die verbrennte Zelte, Flüchtlingszelte, kreischende Kinder, nichts zu essen, also da vergesst man nie mehr wieder. Hast du denn auch Dinge tun müssen aus Notwehr, um dich zu schützen? Ja, wir waren als NATO-Truppen, sollten wir einen Schutz bieten zwischen diesen christlichen Milizen und diesen Palästinensern da und sonst die Gruppen. Aber das ging da jede Nacht, nur Raketenangriffen, Bombenangriffe, Patrouille laufen unter Beschuss und wenn du einmal in den Strudel drin bist, dann hast du auch keine Gefühle mehr, weil ob du einen niederschießt oder nicht oder wie auch immer, das interessiert dich nicht mehr. Du denkst nur an deine eigene Haut. Ja, das kenne ich aus den Erzählungen meiner Verwandten, die im Zweiten Weltkrieg waren, die Männer, die das genauso erlebt haben, dass man da irgendwie gar nicht mehr denkt, sondern nur noch handelt, um sich zu retten. Ja, genau. Man kann nicht, man denkt nicht mehr rational, man handelt nur noch. Das heißt, wenn man Menschen befragt, die Soldaten im Krieg waren, in extremen Situationen waren, wenn man die fragt, wie viele Menschen hast du erschossen, wissen die meistens gar nicht. Das wirst du auch nicht wissen, oder? Nein, weiß ich auch nicht. Die Redaktion hat mich auch gefragt, aber ich kann es nicht sagen, es können 10, 20, 30 sein, ich weiß es nicht, weil die Kämpfe, die sind nachts und du hast dein Maschinengewehr oder wie auch immer und du schießt mit den anderen mit, du kämpfst mit den anderen mit, also du kannst nicht beurteilen. Was ist für dich, wenn du jetzt, das sind ja 20 Jahre her, wenn du so die Bilder aufrufst, ist, ist für dich schlimmer, das, was du gesehen hast, wie die Menschen doch gefoltert, niedergemetzelt worden sind, oder ist für dich schlimmer die Vorstellung, ich habe auch so viele Menschen ums Leben gebracht? Also, diese Bilder, die ich zwar jetzt noch immer habe, die sind zwar schlimm, und das ist eigentlich schlimmer, als was ich getan habe, weil Notwehr, ich habe aus Notwehr gehandelt. Du hast das Notwehr gehandelt und ihr wart ja in einer Mission dort, um Frieden zu bringen, ihr wart ja, ihr könnt nicht die Angreifer oder irgendwas. Das ist richtig, das war zwar das Ziel, aber das Ziel ist im Libanon ganz verfehlt. Und der Unterschied mit Ariel Sharon und seinen Kumpanen ist, diese Leute, das war ja kein Notwehr gegen diese Leute, die waren ja kaum bewaffnet. Ich weiß das, ich weiß, das ist sehr schlimm und das ist heute leider vergessen und man spricht kaum darüber in der Öffentlichkeit, was da für ein ungeheures Unheil angerichtet worden ist. Wie lange warst du da? Fast sieben Monate. Sieben Monate. Bist du danach nochmal irgendwo eingesetzt worden oder hast du dann gesagt, ich will nicht mehr, ich kann das nicht? Also Sharon hatte damals, also die israelische Regierung hatte damals auch Probleme mit dem Sinai und da sollte ich da eingesetzt werden, aber ich habe das seelisch einfach nicht mehr verkraftet und habe dann aus seelischen Gründen die Armee verlassen müssen. Darf ich dich fragen, wenn du es nicht beantworten möchtest, respektiere ich das natürlich. Aus welchem Land du kommst? Aus den Niederlanden. Aus den Niederlanden, also. Wenn heute, wenn es um aktuelle Probleme geht, wenn es um Afghanistan geht, um den Irak, vor allen Dingen um den Irak, die Bilder sehen wir ja jeden Tag, was geht da in dir vor? Also wo der Irak-Krieg angefangen hat, habe ich gehofft, dass die Amerikaner richtig einen auf den Deckel kriegen. Das habe ich wirklich gehofft. Nun ist die Sache so verfahren, dass man das auch nicht so sagen darf, weil es sind ja auch Menschen, amerikanische Menschen, die dort sterben und die, die es zu verantworten haben, sitzen schön in ihren Regierungspalästen und regieren halt und die einfachen Soldaten sterben. Das ist richtig, das ist richtig. Nur der Krieg in Irak, also von vornherein habe ich schon gedacht, das geht sich nicht und in Saadam, da sind ganz andere Belangen im Spiel. Ich würde dich gerne noch abschließend fragen, du hast gesagt, ich bin da nicht mehr zum Militär gegangen, ich konnte das nicht. Ist das auch bei dir bis heute sehr präsent, alles, was du dort erlebt hast, dass du davon träumst oder oft daran denkst, dass es einfach immer wieder in deinem Bewusstsein ist? Also das ist eigentlich regelmäßig in meinem Bewusstsein, aber oft Albträume davon, dann kommen die Bilder wieder. Ich gehe auch oft hier nach Israel, also das heißt, ich fliege nach Sinai, gehe die Grenze rüber und besuche den Palästinenser, die ich noch von früher kenne, wo ich Kontakte noch zugehalten habe. Und eine ganz wichtige Geschichte ist, wo ich aus dem Libanon zurückkam, habe ich Glück gehabt, dass ich einen Monat später in Deutschland eine Arbeit gefunden habe und habe dann fünf Jahre gearbeitet da, war dann fünf Jahre da am Arbeiten, dann sehe ich auf einmal einen Libanese auf der Arbeit. In Deutschland? In Deutschland. Und er war als Flüchtling nach Deutschland gekommen und seine Eltern und seine Geschwister, die haben für uns immer die Wäsche gemacht und die Rücken verkaufen und so. So klein ist die Welt. Ja, aber ich weiß nicht, was aus dieser Verwandtschaft geworden ist, ganz ein nationaler Tod, sozusagen, ich weiß es nicht, jenes war es, er ist, als habe ich den nach fünf, vier Jahre da wieder gesehen. Also ich merke wirklich, wie du das erzählst, wie nah dir das noch ist. Ja, das stimmt. Und ich sage das nochmal, das erinnert mich sehr, sehr, sehr an meine Gespräche mit meinem Vater, mit vielen Onkeln, die in Russland waren, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, die das alle auch nie verwunden haben, die all das Leid bis ins hohe Alter mit sich herumgetragen haben oder immer noch tragen und das Elend und die schlimmen Eindrücke, die sie erlebt haben. Also ich sage es ja, Domian, Krieg ist das Schlimmste, weil es gibt, wenn man einmal in so einem verflochtenen Bürgerkrieg drin ist, dann ist man nie mal wieder. Lieber Fred, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute von ganzem Herzen. Danke, Domian, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit Claudia und Claudia ist 41 Jahre alt. Guten Morgen, Claudia. Hallo, Domian. Ja, unser Thema heißt, es geschah aus Notwehr. Ja. Was war es? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also du hast etwas getan aus Notwehr. Genau, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, weil sonst verstehst du es nicht oder vielleicht die anderen auch nicht. Also ich bin im Kinderheim teilweise aufgewachsen und habe dann nach dem Kinderheim eine Lehre begonnen und habe dann in so einem Schwesternheim gewohnt. Also Lehre als Krankenschwester? Nein, als Hauswirtschaft. Als Hauswirtschaft. Genau, das kann man ja da drin machen. Und habe dann natürlich Arbeitskollegen gehabt und so und mit zwei habe ich mich besonders gut verstanden, mit zwei Mädels. Und wir sind dann in die Diskothek öfters weggegangen und eines Abends sind wir wieder weggegangen in die Diskothek. Und da haben wir zwei Männer kennengelernt. Und zwar einen älteren, der ist circa 45, 50 Jahre gewesen und einen etwas jüngeren, der wird so vielleicht 35 gewesen sein. Und haben uns ganz nett unterhalten und so. Und dann hat der ältere Mann gesagt, ob wir nicht mit ihm mitfahren wollen. Er hat ein großes Haus und hat ein Videogerät. Und das muss ich dazu sagen, ich war damals 17 und wie gesagt, das liegt länger zurück, da war ein Videogerät noch was Besonderes. Ja, das glaube ich. Aber sehr besonderes. Und dann sind wir dort, dann haben die anderen beiden Mädels dann gesagt, also meine Freundin und mich, die haben Frühdienst, die können nicht mitfahren und so. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt Urlaub, das war Mai, und bin dann mit den beiden Männern mitgefahren, ich bin ins Auto eingestiegen, so nahe, so nahe fahre ich. Und dann sind wir, ich weiß jetzt nicht, so vielleicht so eine halbe Stunde gefahren, ich kann das im Zeitraum jetzt nicht mehr so sagen, und tatsächlich in ein großes Haus und ich hatte es aufgesperrt, ein riesengroßer Vorraum und ein Wohnzimmer und ein Bad, alles, das Erdgeschoss und so weiter und so fort. Und ich wusste, der ist verheiratet und dessen Frau war damals in Augsburg. Also ich war ein bisschen weiter weg und so. Und dann hat er ein Video reingetan und dann haben wir uns netto unterhalten und ich habe einen Maracuja-Saft getrunken. Und dann sprach der Jüngere zu dem Älteren, sagte dann, dass er heim muss und ich habe dann gesagt, dann fahre ich gleich mit. Und dann hat er gesagt, nein, er muss in den Gegengesetzte Richtung fahren, er ist gleich wieder da und ist dann raus aus der Wohnung und hat aber, bevor er raus ist, noch alle Jalousien runtergemacht. Die gingen damals schon automatisch runter. Ja, also der Jüngere oder ist der Ältere auch mit aus dem Haus? Der Ältere hat den Jüngeren heimgefahren. Gefahren, ich verstehe. Und bevor er also den heimgefahren hat, hat er noch alle Jalousien herunterzugemacht. Das heißt, du warst eingesperrt in dem Haus dann? Ja, ich habe mich nicht eingesperrt gefühlt. Aber de facto war es so, ne? Ja, im Endeffekt war es so. Und er kam dann auch wieder, nach einer gewissen Zeit? Er kam dann relativ schnell wieder und ich habe noch den Video angeschaut und im Wohnzimmer, die Couch ist ziemlich frei gelegen, also keine Wand hinten dran und so. Und so ein Glastisch und da, wie gesagt, da stand der Maracuja-Saft drauf, die Flasche und so. Und ich hörte den Schlüssel, wie er reinkommt und habe auf dem Video geschaut und habe dann auf den Glastisch geschaut. Und das hört sich wahrscheinlich an, wie wenn ich es aus der Zeitung gewesen hätte. Aber so kann ich es bloß erzählen. Das Video, lass mich zu dem Video noch fragen, das war ein ganz normales Video oder waren das irgendwelche Schweinereien? Nein, das war ein ganz normales Video. Ein ganz normales Video. Ein ganz stinknormales Video. So, jetzt sagst du, du hast auf den Tisch geguckt mit dem Maracuja-Saft. Ja. Was ist das Besondere daran? Dann kam, ich hörte ja, dass er reinkommt. Und dann kam er auf, dass er ins Wohnzimmer auch kommt. Ich habe ihn aber nicht angeschaut. Ja. Und wie ich hochschaube, habe ich genau in eine Pistole reingeschaut. Ach. Und was hat das mit dem Saft hier zu tun? Der hat dann gesagt, ich soll mich ausziehen und ich habe dann, ich war dann, irgendwie habe ich dann total normal funktioniert. Also würde ich jetzt heute noch, sage ich heute immer noch. Er hat sich dann neben mich hingesetzt und hat dann versucht, mein Bein so hoch zu fassen und so weiter. Ich war nicht aufreizend angezogen. Das ist damals gar nicht so gewesen. Und er hat auf mich eingeredet und... Währenddessen hielt er die Pistole auf dich? Ja. Ja. Die ganze Zeit. Und du warst wahrscheinlich in Trance und in Todesangst. Ich kann das gar nicht sagen, was das war. Das glaube ich. Da kann man sich wahrscheinlich gar nicht richtig daran erinnern. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich ihn, dann bin ich ganz ruhig gewesen. Also ich habe nicht geschrien oder hysterisch und habe zu ihm gesagt, er soll die Pistole auf den Glastisch legen. Und das hat er dann gemacht, weil sonst kann ich nicht, habe ich gesagt. Und übrigens, ich habe vorher noch nie sexuellen Kontakt gehabt zu einem Mann. Wie wahnsinnig. In der Intuition hast du gesagt, du leg es da hin, sonst kann ich nicht. Sonst kann ich nicht, ja. Und dann hat er es gemacht. Und er hat es dann tatsächlich gemacht und so. Und wie er das dann hingelegt hat und er war dann mehr wieder auf mich gerichtet, weil er wollte, dass ich mich ausziehe und er wollte mich anfassen. Da habe ich in dem Moment die Pistole genommen und die Maracuja-Flaschen. Also links die Maracuja-Flaschen, rechts die Pistole. Bin aufgesprungen, bin um den Tisch rum. Wie gesagt, ja, das ist so frei kleben, das Ganze. Und der ist dann auch auf und hat ganz erschrocken geschaut. Und ich habe dann die Pistole auf ihn gehalten. Und dann hat er gesagt, ich soll, lass den Scheiß und mach das nicht. Und da kommst du ins Gefängnis und das bringt doch nichts und ich tue dir nicht. Du hattest in deinem Leben wahrscheinlich noch nie eine Pistole in der Hand gehabt. Nein, nein, nein. Aber du hast sie genommen und hast die Pistole ihm ins Gesicht gehalten. Ob das Gesicht war oder ob der Rumpf. Ja, ja. Genau, auf der Rumpf, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und bin dann, wie gesagt, die Couch war freigestanden. Er ist dann ganz langsam auf mich zugegangen und ich bin ganz langsam rückwärts gegangen. Und der hat dann immer nur auf mich eingeredet, aber ganz ruhig. Ich soll das sein lassen und das passiert mir nichts. Er fährt mich heim, das war ein Scherz, das war ein Witz. Das ist keine echte Pistole oder die Pistole geht nach hinten los, wenn ich abdrücke. Und ich bin dann um die Couch rum und ich wusste, wo die Toilette war, also wo ich sie vorhin erzählt habe. Und bin mit der Pistole in das Klo gelaufen, also da, wo zwei so Waschbecken standen, und habe die Tür zu gemacht und wollte zustellen, es war kein Schlüssel drin. Und dann ist er draußen auf der Nadille gestanden und ich bin im Bad gestanden und dann hat er gesagt, ja lass, ich soll jetzt den Scheiß aufhören. Dann wollte ich beim Fenster raus, aber es war erdgeschossen, das waren so bauchige Gitter davor. Das sieht man halt immer noch und so. Und ich konnte nicht raus und dann hat er permanent auf mich eingeredet und ich soll doch die Pistole auf dem Waschtisch legen und er tut mir nichts und das war ein Jux und das war ein Witz. Aber währenddessen er auf dich eingeredet hat, das ist ja spannend wegen Krimi, was du erzählst, hast du weiter tapfer die Pistole auf ihn gerichtet? Ja, ja, auf die Tür gehalten, weil er ist ja auf der anderen Seite gestanden. Er hat die Tür nicht aufgemacht, er hat nur geredet, durch die Tür durch. Ja, er wusste nicht, ob ich abdrücke. Er wusste es ja nicht, weil wenn es eine Spielzeugpistole gewesen wäre, dann hätte er das Theater nicht gemacht. Also es war eine echte Pistole? Ja, ja, klar. Hast du abgedrückt? Nein. Und dann hat er auf mich eingeredet und hat gesagt, ich soll die Pistole auf den Waschtisch legen und direkt neben der Tür, wenn man die Tür aufmacht, war so ein Doppelwaschbecken. Und dann hat er gesagt, ich leg es hin und ich tue da nicht und immer wieder geredet und immer wieder geredet und immer sehr ruhig mit mir geredet, eher väterlich, kann man schon bald sagen. Und dann hat er mich so weit gebracht, dass ich die Pistole tatsächlich auf den Waschtisch gelegt habe. Er hat sie x-mal versichert, hast du sie weggelegt? Ja, ich habe sie weggelegt und so weiter und so fort. Dann auf einen Schlag ging die Tür auf, wumms, er hat die Pistole genommen und dann hat er sie mir ins Gesicht gehalten. Und dann? Gott. Dann hat er mich umgedreht und hat mich hinten an den Haaren gepackt und hat mir die Pistole genau hinten in die Tür nicht gehalten. Und gegenüber von der Toilette war ein Gästezimmer und da hat er mich reinbefördert und da musste ich mich vor ihm ausziehen. Er hat die Pistole immer in der Hand gehalten und immer auf meinen Kopf gezielt und so. Und dann habe ich mich ausgezogen, da musste ich mich hinlegen. Währenddessen hat er sich dann auch ausgezogen, hat aber ihm die Pistole immer in der Hand gehabt. Aber mit der Pistole konnte er mit mir ja nichts machen, immer mit einer Hand. Und dann hat er die Pistole so hingelegt, dass ich, ich habe dann den Kopf zur Seite gelegt, auf die linke Seite, das ist Wahnsinn, was ich noch weiß, eigentlich Wahnsinn, und dass ich in den Lauf gucke. Das wollte er. Das heißt, ich unterbreche jetzt mal, um es vielleicht zu verkürzen, und ich finde es auch so unglaublich spannend. Er hat dich dann vergewaltigt? Ja, öfter, ja. Öfter. Und wie bist du da rausgekommen? Ja, ich habe dann am Anfang halt mich dann schon geweigert und habe dann rumgezippt und geschrien ein bisschen. Und dann hat er gesagt, das soll ruhig sein. Und dann habe ich gesagt, meine zwei Freundinnen wissen, dass ich mit ihm mitgefahren bin. Und dann hat er gesagt, das ist scheißegal, die können sich an ihn bestimmt nicht mehr erinnern. Wenn dieser Akt vorbei ist, also Akt hat er jetzt nicht gerade gesagt, aber wenn das vorbei ist, dann schießt er mir auf alle Fälle den Kopf, aber nicht im Haus, sondern er fährt mich auf die Müllhalde, es war tatsächlich, gab es damals eine Müllhalde, und da schießt er mir in den Kopf und zerschallt mich, und dann kommt das Müll raus. Gott, schrecklich. Gott, schrecklich. Er sagt mir, wie du da rausgekommen bist. Wie hast du es geschafft? Ja, er hat das halt gemacht, was er machen wollte. Das war nicht kurz, würde ich jetzt sagen, also ewig hat das gedauert. Dann musste ich mich wieder anziehen, er hat sich dann auch angezogen, und dann musste ich vor ihm gehen, er ist hinter mir gegangen. Dann sind wir zum Wagen gegangen, er war vor dem Haus gestanden, da musste ich mich reinsetzen, also bin auf der Fahrerseite, muss ich reinklettern, er hinterher, damit er nicht weglaufen kann, und dann war mir, da war ich, die Angst war nicht mehr da. Mir war das ganz, ganz klar. Aber wie bist du dann freigekommen? Ende. Er hat mich dann unter den Faden rausgeschmissen. Claudia, ist das eine Geschichte. Das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Geschichte wie im schlimmsten Krimi. So was, dass der Mann verurteilt war. So gar nichts. Hast du ihr angezeigt? Ich bin dann nächsten Tag, also es war ja schon morgens eigentlich, wie das dann war, so vier, fünf Uhr morgens, ich weiß schon gar nicht mehr, habe ich es dann meinen beiden Freunden erzählt, beziehungsweise die haben mich darauf angeschaut, weil ich so verstört war, mich permanent geduscht habe und so. Dann habe ich das halt erzählt und so. Ganz schnell und ohne Emotion arbeiten. Und dann hat eine von den beiden Freunden hat dann die Polizei angerufen, dann ist die Kripo vorbei, beziehungsweise die normale Polizei vorbeikommen. Dann musste ich das Ganze erzählen. Ich habe das wahrscheinlich ein bisschen durcheinander dann auch noch erzählt. Da hat ein Polizist gesagt, das ist so ein Pipifax, aber sie müssen jetzt die Kripo einschalten. Dann haben sie so lange gewartet, bis die Kripo kommt. Die Kripo hat mich dann wieder ausgefragt und so weiter. Also wie das war, musste ich am nächsten Tag auf das Revier. Also es ist keine Anzeige erstattet worden? Nein, die haben mich gefragt, ob ich einen Orgasmus gehabt habe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was ein Orgasmus ist. Das ist ja unfassbar. Oder ob im Bett Flecken waren oder ob ich ihm, warum, wie die Pistole aussieht und ob ich den Finger auf dem Lauf gehabt habe, wo ich die Pistole hingekalt habe. Das heißt, dieser Mann ist bis heute ungeschoren hervorgekommen? Das war ja eine Gegenüberstellung. Der wurde ja rein, auch zur Polizei geholt. Und dann haben sie mir die Waffe so verschweißt in einer Tüte oder was das war, haben sie mir hingelegt. Ich habe es vor einem Beschreibnis, das war genau die Waffe. Und dann habe ich ihn gesehen, dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er bloß mich angelacht und hat sich umgedreht und ist gegangen, der Mann. Und ich habe aus einem bestimmten Grund zu dir gesagt, warum ich ein Kinderheim war. Wir sind dann zu dem Haus hingefahren. Ich habe genau gesagt, das Haus ist die Einfahrt, das ist uns weiter und so fort. Das habe ich mir in den ersten Finger gezogen. Und jetzt kommt der Clou. Das hat sich dann ein paar Wochen irgendwie so hingezogen. Und die Vormundschaft hat bei mir das Jugendamt gehabt damals, weil ich ja noch minderjährig war. Claudia, ich muss das mal verbrechen, sonst sprengt das die ganze Geschichte unserer Sendung, weil wir uns schon lange unterhalten. De facto ist, dass dieser Mann nie bestraft worden ist, dass er nie vor Gericht gestanden hat. Ja, Domen, und zwar aus dem Grund, weil die zu mir gesagt haben, die wussten, dass er aus dem Kinderheim kommt, dass das Jugendamt eine Vormundschaft hat. Da hat der eine Polizist gesagt zu mir, das waren immer zwei Polizisten dabei und auch immer eine Frau dabei, zu mir gesagt haben, Sie wissen schon, Träule, wenn wir das in Staatsanwalt vorlegen, wir müssen es ja vorlegen, hat er gesagt, dass Sie ins Jugendheim kommen. Und ich hatte ja so Angst vor dem Jugendheim. Ich habe jetzt Angst. Und dann habe ich das Ganze zurückgezogen und bin rausgegangen wie ein Depp. Eine furchtbare Geschichte. Eine furchtbare Geschichte. Und es tut mir jetzt sehr leid, weil ich eigentlich mit dir, ich hätte noch 100.000 Fragen, die ich dir stellen würde wollen. Das geht leider nicht mehr, weil jetzt die Zeit wirklich im hohen Maße schon überschritten ist. Aber wir rufen dich gleich nochmal an. Gerne. Wir rufen dich wirklich gleich nochmal an, weil das ist ja wirklich so unfassbar. Obwohl es schon so lange her ist, aber mein Gott, mein Gott. Du hast einmal eine Sendung gehabt, du hast einmal gefragt, was man da empfindet. Das ist wie wenn man auf dem Mond ist, es gibt keine Zeit und es gibt keinen Korn. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ich kann mich an das Gesicht nicht erinnern, an den Kopf, aber an das Gesicht nicht, bis heute nicht. Du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an, Claudia. Okay. Alles Gute von Herzen. Also danke, tschüss. Hier ist Ramesch, 43. Hallo Ramesch. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit, aber du wirst mir noch etwas erzählen. Ja, und zwar höre ich deiner Sendung heute Abend zu und ich stelle fest, dass die meisten seiner Anrufer aufgrund ihrer Gegenwehr bei Angriffen irgendwo ein schlechtes Gewissen haben. Und mir ist auch so etwas ähnliches passiert und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Das ist im Gegenteil. Was ist passiert? Und zwar bin ich Karneval vor zwei Jahren von zwei jungen Männern, die eigentlich genauso betrunken waren wie ich, angegriffen worden. Und ich habe mich massiv gewehrt, weil dieser Angriff ganz fürchterlich war. Also mich hat jemand mit einer abgebrochenen Bierflasche angegriffen und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegenteil. Ich bedauere eigentlich, dass ich, nachdem ich mich habe erfolgreich wehren können, den Ort des Geschehens verlassen habe, ohne das weiter zu verfolgen. Achso. Weißt du, wie sehr du den anderen zugesetzt hast oder wie sehr du dich verletzt hast? Also es waren zwei Angreifer und ich habe also den einen habe ich definitiv kampfunfähig geschlagen. Daran kann ich mich erinnern. An den zweiten kann ich mich nicht so erinnern. Als ich am nächsten Tag mit dem PKW an dem Ort des Geschehens vorbeigefahren bin, konnte man, da es das Ganze unter einer Eisenbahnbrücke war, konnte man also immer noch die Blutflecken erkennen auf dem Bürgersteig. Das heißt also, da ich äußerlich mehr oder weniger unverletzt war, ich hatte also nur die Knöchel kaputt vom Schlagen, muss das Blut von den Angreifern gewesen sein. Das heißt, du musst ein sehr kräftiger Kerl sein, wenn du mit zweien fertig geworden bist. Ja, weiß ich nicht. Ich denke ganz einfach, dass Angst beflügelt. Schon, ja. Um das sehr vorsichtig auszudrücken, habe ich mir in Anführungsstrichen vor Angst fast in die Hose gemacht. Aber das aktiviert natürlich ungeheuer wahrscheinlich die Energie und die Kraft in allem. Ich denke ja, also die Situation ist schon so, dass ich sage, mit dem an das, wo ich mich daran erinnere, ist es ganz einfach so, dass ich sage, so viel Angst hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Aber im Nachhinein sagst du, das war genau richtig, was ich gemacht habe. Wenn ich das nicht getan hätte, würde ich vielleicht im Krankenhaus liegen. Punkt eins mit größter Wahrscheinlichkeit und ich bedauere, dass ich die Sache nicht weiter verfolgt habe. Also zum Beispiel am Ort des Geschehens geblieben bin und die Polizei gerufen habe, das ist ein Punkt oder aber, weil ich relativ wenig Vertrauen in die Situation habe, ganz einfach sage, hier nochmal nachgefasst zu haben, um zu vermeiden, dass diejenigen nochmal in ihrem Leben jemanden angreifen. Also ich habe im Gegensatz zu beispielsweise dem Polizisten, der, glaube ich, der zweite Anrufer war, habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen, dass ich jemanden fürchterlich verletzt habe. Er hat jemanden tödlich verletzt, das habe ich nicht. Aber ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich jemanden ganz fürchterlich verletzt habe. Ganz im Gegenteil, ich bedauere, dass ich eigentlich die Situation nicht weiter verfolgt habe. Ich danke dir für deinen Anruf. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, Edi, das war es für heute. Unsere Sendung Es geschah aus Not. Morgen gibt es wieder eine Sendung. Ein Uhr Radio 1 live, ein Uhr wieder Fernsehen und am Samstag haben wir Promi-Besuch hier. Um halb zwölf beginnt dann schon unsere Sendung. Desiree Nick ist mein prominenter Gast und ihr könnt Desiree Nick anrufen, mit ihr diskutieren, reden. Und ihr könnt euch per Mail schon mal anmelden unter domian.atwdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sage Tschüss bis morgen.